Panzer! Noch mehr Panzer! Wollen wir wieder ein 80 kmh an, der ja? Sicher, ne? Alter! Sag mal, du hast da länger hinter, du voll Idiot, ey! Der Ring fällt aber cool ein. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Das war's für heute. Alter, der Typ weiß aber überhaupt nicht, wo sein Blinker ist, ne? Und das dritte Mal ohne Blinken. Und das dritte Mal ohne Blinken. Alter, was ist denn los mit dem? Ist der gesoffen oder was? Was ist denn los mit dem? Das ist so scheiße. Da fährst du, wirst du gezwungen hinter so einem Hergift zu fahren und dann kriegst du noch eine Lungenvergiftung. Nein. Boah. Gibt ja mehr Öl als Abgase raus. Alle, wie der Wind den Regner rüberpusten, wie geil sieht das denn aus? Wie war das auf der Kamera? Das war nachher am Zeck. Ja. 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 da reingehauen hat. Meine Fresse, ey. Ich bin nicht drüber gekommen, weil die Hackfresse da vorne unbedingt den scheiß Fußgänger rüberlassen will, der da überhaupt kein Zehverschreifen oder so hat. weed web web an web Ich habe Fragen. Was war das? Eine Ewigkeit später. Ich glaube, wir haben die Antwort auf die Frage gefunden. Ich glaube, wir haben die Antwort auf die Frage gefunden. Ich glaube, wir haben die Antwort auf die Frage gefunden.